so liebe leute herzlich willkommen wir sind beide wieder wirklich am start ja genau tut uns leid wir müssen noch mal ein bisschen mit mir musst du schwingen also mit mir musst du ja ich bin noch an synchron war noch nie meine stärke aber probieren ja okay das haben wir schon mal wenigstens geschafft ich habe den ball ich habe einen glitzernden ball da sind sterne drauf glitzer glitzer aber ich habe den ball ich dachte wir müssen das jetzt noch mal mein herz ist stehen geblieben das bedeutet dass wir in unserer perspektive anna ziemlich hektisch unterwegs sehen und es ist ja nicht so als hätte ich jetzt persönlich diese koordinationsprobleme das ist halt jetzt mal so lang ja das ist nun mal so ich weiß nicht warum ich das heute einfach nicht gebacken kriege mit dem so endlich so wir sind fast alle das leben ist kein zuckerschlecken dann wollen wir jetzt mal den clown abschießen jetzt sind wir wieder so weit wo wir am anfang waren so wir wollen die königin ja killen aber das haben wir natürlich kein verraten vor allem nicht hier müssen zuck nehmen ja genau also ich muss sagen ich kann überhaupt nicht sehen wo du bist und was du machst sondern sehr verzögert nur deswegen müssen uns gut absprechen ja okay weil ich erinnere landest du jetzt erst darauf auch ich bin schon die ganze zeit darauf bei mir ist ganz normal b war es ist jetzt das was wir und wenn wir anstellen stehen die die So, Video. Okay. Glück gehabt. Glück gehabt. Ist die Frage, sind wir jetzt schon beim Elefanten oder noch nicht? Das weiß ich nicht. Okay, wir sind schon sehr nah dran. Steht einfach rum. Oh, da ist ein Wächter. Wächter? Nee, das ist ein Marktplatz. Jo, endlich mal lebende, irgendwie halbmenschliche Wesen. Was ist denn das? Ein Männchen. Cool. Du und Rose haben das alles gebaut. Oh. Wir haben sicher gemacht. Wir dürfen eintreten. Nicht schlecht. Das sieht ja süß aus. Und die kleine Landschaft, ey. Ja. Mit den kleinen Lego-Männchen hier. Ey, wo bist du überhaupt? Ich bin, glaube ich, wo ganz anders. Oh, ich kann ihm helfen. Du hilfst da Personen. Ja. Ups. Jetzt ist es auf der anderen Seite kleben geblieben. Und jetzt auf der anderen Seite. Hör du bloß auf, hier. Jetzt stellt sich zu kleben. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Jetzt klebt er schon wieder an der anderen Seite. Ich glaube, ich kann ihm gar nicht helfen. Ja komm, mein letztes Mal. Ne. Oh, doch. Es hat zum... Nein, hat es... Arrrr. Nein, es nützt nichts. Es ist unnütz. Ich mach das nicht mehr. Oh, ich bin hier... Ich kann hier auf die Mauer gehen. Hier ist das Minispiel. Wird es dann... Auf die Mauer. Hier ist wieder... Eine Schienenstrecke. Oh, eine Eisenbahn. Eine Eisenbahn. Ich glaube, ich sehe dich. Oh, hier gibt es Kanonen. Yo, Kanone. Ich kann mich selbst schießen. Dann klebe ich an der Scheibe fest. Oh, no. Okay. Oh, das war viel zu niedrig. Ich war besser dran. Warte mal. Ich häng da ganz schön fest, ey. Wieder zurück zum Zug. Wir müssen mit dem Zug, ne? Unterwegs sein. So wie ich so stand habe. Ne, nicht ganz, glaube ich. Warte, ich will mal einmal... Ja, das sind die Kanonen hier, ne? So, wer besser schießen kann. So. Schon wieder da unten? Oh, Mann. Tja. Was ist denn da hier? Ach, hier ist eine Steckdose. Da fügt man hin. Irgendwie sehe ich den Zug nicht. Ich laufe hier die ganze Zeit, aber da ist kein Zug. Oh, hier kann man irgendwo sich festhangeln. Was ist denn da? Oh, wo bin ich denn gelandet? Was ist denn da? Ich glaube, Marlon, du musst auch hier hin. Ja, ich hab da vorhin was gesehen. Ich reiß aber nicht, wohin mit mir. Wir müssen das Dorf erforschen. Man kann hier entweder die Kur rin. Wo muss das denn hin? Das Ding, was ich da habe. Ist überhaupt... Was machst du da und wo bist du? Alan, ich brauche Hilfe bei dieser Sache hier. Ja, ich komme. Ich checke nicht, was ich damit will. Aber ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Ich will mich mal lampen. So, also du hast... Ach so, ich kann nicht hier rotieren und du kannst... Was machen wir denn damit? Ich kann hoch und runter damit? Ah, den Jenga-Turm. Ah, da, hier, das Ding. Ja. Jo, mit richtig viel Schwung. Ja, ich hole jetzt die maximale Reichweite. Huch! Oh! Ja, damit brauchen wir die maximale Reichweite. Entschuldige Kugel. Oh man, die Leute werden nicht erfreut sein, dass wir ihre Stadt zerstören, ne. Ups. Hier. Hattest du jetzt was gesagt? Hier, konnte man nach links nach links. Ich kann nur hoch oder runter machen. Gerade eben konnten wir machen ein bisschen... Ja, jetzt kann man was machen. Aber ich weiß nicht was. Siehst du das auch? Okay, lass es. Ja, ich lasse mal kurz los. Ja. Guck ich mal, was man mit der Kuh wieder machen kann. Kann man da hin? Ja, ne? Ja, da kann man was machen. Zack. Ah. Ach so, wir müssen... Ah. Okay, mal drauf. Ich glaube, ich sehe... Folgen wir einfach mal meinem Rhythmus, okay? Also wenn ich vor sage, machen wir vor. Okay. Und wenn ich zurücksage, machen wir zurück. Oder sag du an. Mach du mal. Ja, also ich... Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Und dann wieder vor, zurück. Vor, zurück. Uh. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Vor. Willst du weitermachen? Weil ich glaube, für dich ist es einfacher. Und dann... Machen wir vor. Ja. Vor. Ne, eben. Du, du hast ja den flüssigen Ablauf. Ja, stimmt. Jetzt merke ich es auch, aber du bist dann anders. Okay. Zurück. Vor. 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 Ja, geschafft. Ich dachte schon, das endet nie. Ich habe mich jetzt auch nur auf seine... auf das Audio verlassen von dir. Die Elefantenkönigin. Oh, oh. Cutie wird nicht. Ja, eben, wollte ich aber sagen. Die Königin. Ich wusste, dass sowas funktioniert nicht. Oh, er hat uns verraten. Doktor Hakim. Doktor Hakim. Ja. Buch of Love ist das Buch of Love. Hehehe. Hehehe. He's crazy. Loco. He's lying. Oh, yeah? Then why don't you show the letter to her majesty? Huh? Maybe I will. Okay, so the thing with the letter is it's kind of... complex. Aha. Exactly. Because... there is no letter. Case Cloudy. Kleine Bätze. Oh, Mann, ey. Er macht einem das Leben auch schwer. Jetzt haut er wieder ab, ey. Ja. Oha. Ich dachte... Oh, okay. Das sind die Pessländer, ey. Ja. Nee. Aber die sind close. Oh. Oh. Toys don't go to the bathroom. Das ist so gut. Oh, I really should have skipped those pants. I can't. Ah, das ist schon laut. Das ist schon laut. Jetzt kommt das Death-Passage, was? Ich dachte echt, wir kommen direkt zu Königin, so halt durch. Hab' ich auch gedacht. Hab' ich mit dem Buch gerechnet, denkst. Die sind so süß, die Waffen. Ja, da stehen wir. Sind wir Zauberer. Ich hab' den Kitzel mitzunehmen. Nein! Oh, ich hab' ein Feuerschwert! Wow! Just like I said! Haha! A magic castle! Cozy! Let's get ready! Wow! Nein! Nein! Krass! Oh, cool! Wow! Guck dir das mal an! Wow! Wow! Krass! Das ist ja heftig! Okay! Was ist diese Leiste da unten? Boah, krass! Weiß ich nicht! Wahrscheinlich für Special- Special-Angriffe ist das! Wow! Guck dir das mal an! Ich raste hier voll aus! Mega kreativ, ey! Wuch! Wuch! Warum kannst du teleportieren? Ich kann nicht teleportieren! Ich muss hier durch... Können wir hier Schätze einsammeln? Können wir looten hier? Oh! Geht das? Aber warum auch? Also es ist ja schon cool genug, dass die überhaupt hier sowas... Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Wuh! Was? Was hab' ich getan? Du musst hier fassen! Wuch! Oh! Und du bist gleich tot! Aber mir fällt gerade auch, dass wir beide im gleichen... äh... Im gleichen Bildschirm sind, fällt mir jetzt das auf! Wie muss ich dir helfen? Ups! So! Ich geh mal kurz hier rum! Ja, das ist nur die andere Seite vom Klo! Ach so! Boah! Ich bin sehr dick! Okay! Boah, ich überleg gerade, dass du sowas auch noch programmieren musst, ey! Das ist so heftig! Das ist ein ganz anderes Konzept hier! Wow! Das ist meine Spezialeinschrift! Ach du meine Güte! Wow! Wow! Das ist ziemlich cool, Cody! Okay! Irgendwas musst du jetzt machen, weil ich komm' hier nicht weiter! Haha! Ah! Dankeschön! Ich bin tot! Oh! Ja! Du musst mir da drauf stehen bleiben, damit ich rüber renn kann! Oh! Regner! Wo kommen die denn her? Naja! Ich weiß es nicht! Jetzt kannst du da runter! Willst du mich einträgen? Komm rüber! Kannst du springen? Wow! Ich spring' tot! Warte mal und bekomm' wir beide doos sind! Ja! Ich hab' das nicht gesehen! Was soll ich machen? Haha! Okay! Okay! Da muss man sich an die ganz neue Steuerung jetzt erst richtig gewöhnen! Ne? Okay! So! Jetzt muss ich schnell rüber rennen! So! Jetzt bin ich rüber! Oh! 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 Ich bin tot! Warum bin ich tot? Weil du zu weit geflogen bist! Na toll! Ja! Und zwar musst du jetzt... Oh! Why? Sorry! So! Was soll ich machen? Du musst hier rüberflitzen zu mir, wo ich bin! Okay! Wie ging das denn mal mit dem Flitzen? So! Ja! Und jetzt? Der darf klopfen! Warte! Okay! Jetzt kannst du wieder rüber! Ich kann aber nicht! Ah doch! Kann ich! So! Jetzt muss ich das irgendwie einfrieren im Takt oder so! Warte mal! Okay! Und dann kann ich rüberflitzen! Ah doch! Kann ich! Oh! Sie flitzen, ja! Und dann? Dann muss ich wahrscheinlich da rüberflitzen! So rum! Wuch! Da ist ein... Da ist ein Boss! Oh nein! 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 Jetzt ist er dahinten! Oh! Hier sind auch noch gegen... Oh! Ich bin tot! Wo bin ich? Ich komm mit dem... Ich finde mich selbst nicht! Ah! Wie heißt das nochmal hier? Was ist nochmal hier? Wow! Ich bin schon wieder tot! Was ist mit dem Tower los denn? Okay! Er ist weg! Ah ne! Der hat's wieder zu! Ich bin platt! Ich bin tot! 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 Ich bin tot!